Grüß Sie und willkommen zur TAP! Herausforderung im Blutzeit der 6. am 28.01.2024 auf der Karte vorbereitet. Schwierigkeitsstufe leicht im Standardmodus. Da sind die Regeln, du darfst einen Affen platzieren, hast 10.000 Affen-Dollar-Statt-Gehälter in Stadtleben. Das Ganze geht von Runde 1 bis Runde 8 und das Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's! Die Lösung ist hier ziemlich einfach. Zuerst musst du die Nagelfabrik an die richtige Stelle platzieren und die ist hier. Also achte auf mein Einsatzradius, ich decke mit dem Radius gerade mal so die Spitze hier ab. Mach als Verbesserung 2, 0 und 4 auf der letzten Reihe. So, ab jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Durch die Stufe 1 Verbesserung hat die Nagelfabrik einen größeren Radius bekommen und kann jetzt die Nägel hier an diese Stelle platzieren. Und mit der Stufe 4 Verbesserung halten diese tödlichen Nägel, glaube ich, insgesamt drei Runden lang. Das heißt, die Bluns werden hier an dieser Stelle zum Platzen gebracht, obwohl die Nagelfabrik schon irgendwo anders ist. Knifflig wird es erst am Ende dieser Herausforderung, denn ab Runde 6 kann die Nagelfabrik ja keine nageltödlichen Nägel mehr auf den Weg platzieren. Also nur noch am Anfang der Runde 6 und danach ist die Nagelfabrik außerhalb der Reichweite. Und deswegen sieht es so aus, als würden hier ein paar Bluns entwischen. Aber glaub mir, diese Nägel halten lange genug, um auch die Runde 8 überstehen zu können. So, da ist auch schon die Runde 8. Hier sind nur noch ein paar Nägel auf dem Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt. Und das sollte reichen, um die restlichen Bluns hier zum Platzen zu bringen. So, da ist der letzte grüne Blun und auch er platzt auf. Und das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Affensturm. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Bis zum nächsten Mal.